Das ist merkwürdig, unheimlich viele Menschen gehen gerne zu McDonalds, aber keiner geht's zu. 30 Prozent werden nur von ihren Kindern her geschleift, 60 Prozent sind überhaupt nicht da und die restlichen 10 Prozent schauen nur den anderen, 90 Prozent beim Essen zu. Ich möchte mal wissen, warum die jeden Tag aufmachen, wenn keiner hingeht. Komisch.